Sehr geehrte Damen und Herren, guten Tag, mein Name ist Andrea Piani, ich bin die Aramella für die deutsche Marke für die Firma Vega. Wir sind hier bei Yost 2009 und die Präsentation von unserer neuen Maschine, die Vega Concept, die erste Vega Maschine, mit der wir auch bis zu 30% Strom sparen können. Wir haben hier in der linken Seite auf der Maschine ein Modul, wo wird nur Dampf und Eiswasser für das T-Wasser produziert. Und dann die Modelle hier, die Präsentation ist nur mit zwei Gruppigen, aber können wir auch bis vier Gruppigen die Maschine haben. Und jede Gruppe ist unabhängig und durch unsere Störungenanlagen können wir die verschiedene Temperaturen installieren. Wir haben hier ein schönes Display, wo können wir auch durch das Display wissen, wie viele Prozente von der Luftfeuchtigkeit wir haben. Und durch diese Daten können wir auch eine richtige Mahlung von unserem Café einstellen. Das ist die erste unserer Maschine, das können wir jetzt, wie vorhin haben wir gesagt, die 13% Minimum Strom sparen. Wir haben auch unsere grünen Punkte registriert und finden wir, dass für unsere Zukunft weiter die Maschine, das kann einen großen Erfolg haben. Vielen Dank.